Mit der Mediathek von Audios One 12 kannst du die Mediendateien auf deinem PC, Smartphone, Tablet oder sogar deiner Cloud übersichtlich verwalten. Im Bereich Musik kannst du deine aufgenommenen und gespeicherten Musikstücke verwalten. Audios One vervollständigt sie automatisch mit ID3-Tags, Albenbildern und Liedtexten. Du kannst deine Medien nach sieben verschiedenen Kriterien wie beispielsweise Genre, Künstler und Album sortieren. Audios verfügt über 500.000 Bilder von Künstlern und Bands, die für eine detaillierte Darstellung des Inhalts deiner Mediensammlung sorgen. Wenn dir der Stil eines Künstlers besonders gefällt, kannst du das Musikuniversum aufrufen, um in deiner Mediensammlung nach ähnlichen Künstlern zu stöbern. Die unterschiedlich dicken Beziehungslinien zeigen dir den Grad der Ähnlichkeit an. Mit dem Regler kannst du das Gleichgewicht zwischen bekannten und ähnlichen Künstlern bestimmen. Im Bereich Film und Unterhaltung lässt sich deine eigene private Videothek einrichten. So kannst du deine aufgenommenen und gespeicherten Filme schnell finden, ohne eine zeitaufwendige Suche starten zu müssen. All deine Filmdateien werden in Audios automatisch in Kategorien sortiert und mit Thumbnails ausgestattet. Du kannst dabei selbst bestimmen, ob deine Filmdateien als mehrspaltige Tabelle, als einfache Liste oder mit Vorschaubildern dargestellt werden soll. Audios One 12 verfügt über eine Mediathek, in der du deine Mediendateien blitzschnell nach 22 vordefinierten Regeln neu sortieren kannst. Außerdem kannst du anderen Geräten erlauben, auf deine Mediathek zuzugreifen, sodass deine Audio- und Videodateien mit Audios Anywhere oder deiner Cloud überall nutzen kannst. Im Bereich Wiedergabeliste kannst du dir all deine Wiedergabelisten mit Textbeschreibungen oder Albenbildern anzeigen lassen. Diese kannst du dann auf viele verschiedene Arten sortieren, zum Beispiel bequem durch Drag & Drop oder automatische Voreinstellungen. Der Playlistengenerator erstellt sogar automatisch Wiedergabelisten nach bestimmten Vorgaben, wie zum Beispiel dem Genre oder Künstler. Wiedergabelisten kannst du auch in jedes andere Standardformat exportieren, um deine Mediendateien auch in anderen Playern genießen zu können. Selbstverständlich funktioniert das auch auf umgekehrtem Wege. Zu guter Letzt kannst du mit Audios 12 nun auch über WLAN mit Apple Airplay ausgerüstete Musiksysteme und Musikboxen zum Abspielen deiner Musik nutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017